Alles okay? Ja, alles, alles gut. Komm ins Bett, du musst schlafen. Ich hab dich ausschlafen lassen, aber denk bitte ans Einkaufen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin wieder da. Ja. Na? Alles klar? Ja, alles gut. Wie sieht's mit deinen Bewerbungen aus? Ja. Wieder keine Antwort. Und die andere? Abgelehnt. Aber die werden schon noch antworten. Mhm. Hast du noch welche rausgeschickt? Nee. Aber wir haben doch darüber gesprochen. Ja, ich weiß. Das kann nicht ewig so weitergehen. Ich weiß es doch. Ich glaube nicht. Oder zumindest ist es dir nicht so bewusst. Ja. Meinst du mir gefällt das? Dann tu was dagegen. Ja, das ist doch das, was ich dir die ganze Zeit gesagt habe. Es kam einfach nichts. Dann mach aber noch ein paar fertig. Ja, ich kümmere mich drum. Warst du einkaufen? Fuck. Wenigstens das kannst du tun. Fuck. Ja, ich weiß. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Ich will jetzt nicht auch schon wieder damit anfangen. Aber es muss jetzt mal besser werden. Ja, du hast ja recht. Ich kümmere mich morgen drum. Ach gut. Ich will mich auch nicht immer mit dir darüber streiten. Aber irgendwas musst du ja ändern. Ja, ich versuch's. Okay, gut. Ich höre uns jetzt was vom Italiener unten und dann können wir von uns auf die Seite von mir aus irgendeinen Film gucken, okay? Ja. Okay. Warum soll ich ihn nehmen? Du seine verfluchte Mutter bist. Ja, okay. Jetzt kommst du dir wieder zu. Oh. Du bist dein Vater, falls du's vergessen hast. Ach. Das. Das ist was anderes. Er ist deine Aufgabe. Vergiss nicht, wer jahrelang deinen Arsch finanziert hat. Von dem Geld habe ich lange nichts gesehen, du versoffenes Schwein. Pass. Pass bloß auf, was du sagst. Ich wollte ihn damals nicht. Du hast ihn ja eingeredet. Mord, bla bla. Irgendwas war. Ach. Na was? Na was? Nichts. Du warst nicht da. Er ist deine Aufgabe. Ich wollte ihn nicht. Ich auch nicht. Was ist eben passiert? Warum hast du dich da nicht gekümmert? Ich musste schließlich arbeiten. Tja, jetzt nicht mehr. Jetzt hast du ja Zeit. Also Termin. Ich habe keine Lust mehr auf diese dumme Diskussion. Tja, lau wieder weg. Deticht und願phase. So. Okay. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wer ist da? Bitte, hilf mir. Bitte, Leon. Du musst mir helfen. Wo bist du? Bitte. Was soll ich tun? Sag es mir doch einfach. Du darfst mich nicht vergessen. Sag mir, wo du bist. Bitte. Sag mir einfach, wo du bist. Mia! Antworte mir, Mia. Komm schon. Mia! Fuck! agrees. Amen. Ich wollte dich gegenw résioushab yaselung. Ich wollte Gott. Das ist schmerz so schnellst du. icy Brau Red ... Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Erinnere dich! Pass auf! Vielleicht stimmt es, was die Leute unter deinem Rücken über dich sagen. Nein! Geht weg! Lass mich in Ruhe! Was wollt ihr von mir? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Was passiert hier? Was passiert hier? Wir haben sie und du kannst nichts dagegen tun. Und wir waren auch dich! Ja! Lass mich in Ruhe! Lass dich! fim Erinnere dich! Untertitelung des ZDF, 2020 Du musst deine Medikamente nehmen. Du musst ihn ausdenken. Geh ran, verdammt, geh ran. Alter, es ist sauspät. Vincent, bist du es? Natürlich bin ich dran. Ich werde verfolgt oder so. Was? Ich weiß es nicht. Die haben Mia. Bitte, ich muss die retten. Bitte, hilf mir. Okay, okay, was ist los? Bleib mal ganz ruhig. Ey, ich sag doch, ich weiß es nicht. Irgendwer ist hinter mir her. Bleib doch mal ruhig jetzt. Es ist alles in Ordnung, okay? Nein, es ist nichts in Ordnung. Mann, ich will dir helfen, okay? Setz dich erst mal und bleib ganz ruhig. Wahrscheinlich hast du einfach nur beschissen geträumt oder so. Nein, verdammt, ich weiß genau, was los ist. Ich bin nicht verrückt. Mann, sag, dass du verrückt bist. Aber erzähl mir doch überhaupt erst mal, was los ist. Wie oft soll ich dir das jetzt noch sagen? Die haben Mia. Verstehst du das nicht? Okay, jetzt hör mir mal zu. Es ist echt wichtig, dass du jetzt ruhig bleibst. Was soll ich dir denn zu? Mia ist tot. Du weißt das. Was? Es ist scheiße, aber du kannst nichts dagegen tun. Was sagst du da? Und es ist vor allem nicht deine Schuld, okay? Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Aber sie war doch eben noch... Mann, du musst wieder klarkommen, Alter. Sie war doch noch... Alles ist okay. Bleib einfach, wo du bist. Ich komme sofort dahin. Mann, hörst du? Verdammt, bleib einfach ganz ruhig. Ich bin sofort da. Fuck, scheiße, Mann. Jetzt leg nicht auf, okay? Hör mir zu. Hörst du noch? Leg... Mach auf! Mann, mach auf, verdammt! Mach auf! Mann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020